So Freunde, wollen wir mal schauen, ob unser Gegner heute tatsächlich Windeln braucht, denn das war die Ansprache, die ich heute gewählt habe. Ross County, Tabellen 8, 18 der Spieltag, das sind die Zutaten für die heutige Partie. Erste Möglichkeit für den Gastgeber Kevin Lucassen, der ja noch von mir angesprochen worden war, gegen Ende der letzten Folge, ich kann mich mit Sicherheit erinnern. Von uns kommt überhaupt nichts, die Konzentration ist danach eine Viertelstunde, ich würde mal sagen etwas spät. Etwas spät, wir sind der Favorit natürlich heute in dieser Partie, jetzt überhaupt noch nichts gesehen und jetzt gleich eine hundertprozentige. Was passiert? Freistoß, Scott Robinson, scharf reingebracht von der rechten Seite in den Strafraum und Daniel Wilson streckt sich, irritiert den Torwart, der lässt den Ball abprallen. Und Wilson mit dem erneuten Torerfolg, dritter Saisontreffer für den Abwehrchef. Und wie er letztens in der Diskussion in Brand war, was ist der eigentlich jetzt? Ist das ein Schotte? Ist es ein Engländer? Ich weiß, was es ist, es ist ein Islafe. Ist halt nur die Frage von wo, ich glaube er ist aber schottig und natürlich werden wir jetzt erstmal hier das Ganze lobend erwähnen. Ist natürlich alles mit dem Augenzwinkern, also nicht, dass hier gleich einer sich auf den Schnips getreten fühlt. Ich mag ja die Engländer, ich mag die ganze Kultur der Insel und kriege auch den Fußball, ganz klar. Und das ist ja das, was uns hier am meisten interessiert. Eckball Patterson, 0 zu 2. Scott Robinson, fünftes Saisontor. Was ist denn hier passiert? Brian McLean wurde da aussteigen lassen von Robinson und der Torwart kann sich da strecken, wie er möchte. Diesmal bekommt er den nicht. Am 1 zu 0 war er noch kurz dran gewesen. Wahnsinn, also wieder die Leute hier loben. Oliver ist heute, ich würde sagen, gewohnt schwach als Stürmer in unserer Partie. Aber wir führen 2 zu 0. Und das ist der Halbzeitstand. Jason Hoyt hat auch nur eine 4 bekommen. Petian, gar nicht gesehen. Bua Ben gar nicht gesehen. Ist es wieder mal so, dass die Abwehr das Prunkstück darstellt. Mit einem sehr, sehr starken Käpt'n. Adam Eckersley mit einer 1,0. Patterson, 2 zu 0. Der hat ja auch besonders beim 2 zu 0 dann taträftig mitgeholfen. Wilson, der Torschütze, mit einer 2 zu 5. Ja, was kann ich denen sagen? Das ist die Ansprache. Die haben doch die Hosen voll. Und wahrscheinlich wird da etwas Arbeit auf die Putzfrau, was auch immer. Wer macht denn das überhaupt? Ist es der, wie nennt man das? Die, die die Sachen waschen. Ein Physiotherapeut ist es nicht. Der Zeugwart. Ich glaube, die sind es, oder? Die, die Sachen waschen. Die sich halt um alles kümmern. Die, die Sachen dann auch hinlegen. Nicht die nicht gewaschenen, sondern die, die gerade aus der Maschine kommen. Oder aus vielen Maschinen. Wo sind wir eigentlich gerade angekommen? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle können wir hier die Leute loben. Sehr gut weiter so. Das bedeutet natürlich, dass wir das Ding gewinnen müssten. Aber ich glaube, wenn man die Saison bis jetzt gesehen hat, haben wir uns überhaupt schon mal irgendein Spiel letztendlich da noch die Butter vom Brot leben lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Neil Alexander motivieren muss quatschen. Die hatten ja im Prinzip keine Chance. Dann gucke ich lieber, dass ich lobe. Zumindest die, die eine 2 haben. 2-5. Wilson. Ja, der hat ein Tor gemacht. Können wir auch noch mitnehmen. Und jetzt ist die Frage. Petean, Holt oder Oliver? Bei Oliver hängt es eben davon ab, bekommt er Bälle. Bekommt er keine. Er hat eine 14er Form. Ich will die Form halten von ihm. Deswegen motiviere ich ihn. Und jetzt die Massagen. Das ist relativ einfach gemacht. 87. Dann haben wir eben dann natürlich mit dem Fokus auf die Defensive, weil da eben die Möglichkeiten zum Wechseln nicht so arg breitgefächert ausfallen. Buaben, Robinson. Okay, da könnte man Tayward eine Chance geben. Egal wie ich das mache. Natürlich kann man auch Buaben heute nochmal rausnehmen. Gummis einsetzen, wenn man eher auf die Defensive setzen möchte. Und 2-0 dann eben retten möchte. Was heißt retten, klingt so schlecht. Wenn man das nicht einfach irgendwo konsolidieren möchte. So, wir haben alles gemacht. Wir können rausgehen. Wir können wieder rausgehen. Und die breite Brust wird uns hoffentlich auch für die nächsten 45 Minuten hier weiterhelfen. Und uns prägen unser Spiel. Es hat begonnen zu schneien, ja. Weiße Weihnachten. Die gab es wahrscheinlich hier nicht. Aber kurz nach Weihnachten geht es dann wieder los. Das ist die Möglichkeit für Ross County. Neil Alexander denkt gut mit. Kommt raus. 20 Meter vorm Tor, Kettler, klärt er gegen Kevin Lucassen. Und das war, glaube ich, wichtig. Denn jetzt in 1-2. Dann muss ich das keinem hier vorbeten. Dann wird diese Kiste hier nochmal eng. Das kann jetzt auch noch passieren. Natürlich. Tom Tyro, habe ich gesagt. Nehmen wir jetzt rein. Für Robins, Nenna 2-5. Erstmal noch die Verletzung von Steven Saunders. Vom rechten Verteidiger. Ist aber Gott sei Dank nur eine Zehrung. Sodass der wahrscheinlich raus muss. Und das könnte dann passieren, dass wir hier einen Doppelwechsel sehen. Von beiden Teams in der 65. Tyro heute auf der Offensivposition. Nicht auf der rechten Seite. Mal schauen, wie er das macht. Alex Cooper wird eingewechselt. Der hat auf der Position eine 60. Ja, das ist okay. Das ist okay für die. Möglichkeit. Ist eine kleine. Ivan Sproul. Erste Ecke. Gary Glenn mit dem Kopfball. Da haben wir Glück gehabt. Geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Ich kann noch was wechseln. Ich will mal gerade... Ja, schade. 70. Das heißt wahrscheinlich keine Note mehr. Für die beiden. Denn ich würde ja ganz gerne Nicholson nochmal reinbringen. Der war ja verletzt. Und sollte sich wieder einspielen. Jetzt ist die Frage, wie? Peter, was hat er für die Note 4? Walker hat eine 3,5. Walker kann ja auch auf der Seite spielen, ne? Ja, mit 62. Dann geht heute Petian raus. Das war nicht das Beste. Er lebt natürlich dadurch leider auch Gottes auch die Form verlieren von 13. Naja, steckst du nicht drin. Theoretisch könnte man... Wie machen wir das? Mal einen Doppelwechsel. Ich traue mir das jetzt zu. Gordon für Daniel Wilson da hinten. Das darf nichts mit passieren. Also nicht das, was wir gerade schon gesehen haben. Für den Tabellen achten. Dass sich da einer wehtut. Dass es nicht mehr weitergeht. Patterson hätte ich auch auswechseln können, ne? 1,5. Theoretisch auch Eckesley. McKay mit einer 2,5 jetzt auf. Also das ist wieder super klasse da hinten, was wir machen mit der Abwehr. Nicht zu früh loben. Es kann natürlich immer noch passieren, dass die jetzt wieder rankommen. Kevin Lucassen bekommt das Geschenk von Gordon. Der in den Ball hinwegt. Ja, der Mensch hier am Mikrofon, der nennt es Unterhaltung. Links übers Tor. Diese Situation. Mark Locke für Richard Britton. Möglichkeit für uns. Wir sind harmlos. Wir sind gerade harmlos. Könnte ich nutzen, ne? Diese Harmlosigkeit in ein Experiment hier umzunutzen. Nämlich durch die Kontergeschichte. Jason Holt gegen McLean. Kommt aber nicht an den Ball. Nach Flanke von Tyrell. Jetzt die Chance aber, die Gary Oliver ins Spiel bringt. Schiedsrichter lässt abseits nicht hier pfeifen. Beziehungsweise er tut es nicht. Er lässt weiterlaufen. Und er macht das Dritte. Gary Oliver. Wunderbar. Das heißt, dass er seine 3,0 hat. Und wir haben das Spiel im Sack. Wir haben das Spiel im Sack. Das, glaube ich, kann man jetzt sagen. Und das wäre der nächste Schritt in Sachen Europa. Ich werde das Wort M noch gar nicht so aussprechen, weil ich eben ans Karma glaube. Und ich denke, da kann man ordentlich dann mal auf die Fresse fliegen. 60% Angriffe über links. Über den Jamie Walker am Anfang. Und jetzt irgendwie was an Nicholson. Grant Monroe. Für Scott Boyd. In der Innenverteidigung wieder ein sehr cleverer Wechsel der KI. Die wechseln einen Abwehrspieler für einen Abwehrspieler ein. Normalerweise würde man sagen, nimmt man einen Offensivspieler. Aber ja doch, die haben genug. Die haben noch genug davon. Also nach der ordentlichen Tracht Prügel, die der FC Motherwell bekommen hat am letzten Spieltag. Das setzt sich fort. Es sieht momentan danach aus, dass wir innerhalb einer Woche ein Torpreis von 7 zu 0 haben und 6 Punkte einfahren. Und da muss man einfach sagen, besser geht's nicht. Tom Tyrone mit einer 1,5. Das war die 70. Das kann also passieren. Oder war der vorher im Spiel? Ja, das war genau die 70. Gerade an der Grenze. Ich weiß nicht, ob die Note noch zählt letztendlich. Auch für Sam Nicholson mit einer 2,5. Das wäre schön, wenn das so wäre. Gutes Spiel mit vielen Torszenen. Wichtig für uns die nächsten drei Punkte. Die Mannschaft geht einfach momentan steil. Wahnsinn. Bis gleich. So, bester Mann. Tom Tyrone mit einer 1,5. Mit der Vorlage muss ja eigentlich dann fast für Oliver gewesen sein, das dritte Tor. Die Mannsprache mit vollgeschissener Windel ist absolut erfüllt worden. Sprawl, bester Mann für Ross County. Den haben wir heute so ein bisschen die Flügel wieder gestutzt. Die waren ja sehr gut in Form in den letzten Wochen. Ja, die Noten. Guckt euch das mal an. Das ist gerade denn schlecht. 4,5. Da ist es fast schon der Durchschnitt bei denen. Ein paar Ausreiser nach oben, ein paar Ausreiser nach unten. Also, ein anderer nach dessen natürlich, dass es ein Heimspiel war, war das eine Ernüchterung für die. Die haben mit Sicherheit geklagt, geglaubt, dass da heute was drin ist. Natürlich ist es kein Muss. Wenn du gegen den Tabellenführer spielst, dann bist du immer Außenseiter. Normalerweise, wenn du nicht gerade eben Tabellenzoder bist. Das war heute überhaupt nicht zu sehen. Wenn wir mal reingucken. Statistiken. Wir haben ja über die Noten der Spieler schon alles gesagt. Die Abwehr ist wieder bombenmäßig. Da ist keiner schlechter als 2,5. Und vorne ist es gemischt. Also wie immer im Prinzip. Nur momentan machen wir die Tore. Und selbst die Abwehrspieler schalten sich momentan ein. Und Olle war ja auch wieder getroffen. Das heißt, drei Tore aus den letzten beiden Partien. Das ist im Prinzip ein guter Durchschnitt für den Stürmer. Guter Arbeitsnachweis, nennen wir es so. 1,5.000, die heute mitfahren. Dafür, dass es so ein schönes Spiel war, ist es halt schade, dass es fast keine Sau im Stadion war. Und das Wetter war, ja gut, war beschissen. War Schnee. Minus 4 Grad, aber das kennen die ja, wie gesagt. Callum Patterson, bester Mann der heutigen Partie. Das sind die Ergebnisse. Ein Ausrufezeichen. Ein ordentliches von Celtic Glasgow. Die, dann die United überhaupt keine Chance lassen zu Hause. 0 zu 4 gehen die unter. Dann haben wir noch ein Kantersieg von St. Mirren gegen Inverness. Gefällt mir nicht so gut, weil St. Mirren den nächsten Tag bei uns noch auflaufen wird. Oder wie bei ihnen, je nachdem, wie das aussieht. Zwei Unentschieden. Zwischen 1 zu 1. Motherwell, Patek Thistle, dann haben wir noch St. Johnson gegen Dundee. Und das Spiel ist natürlich für uns wichtig, weil St. Johnson ist der Tabellen Dritte. Und das sind schon 12 Punkte jetzt. Das heißt, vier Spiele. Spieltag 22. Könnten die uns gleich kunden. Dann hätten die auch 45, wenn wir alles verlieren würden. So kann man fast schon anfangen zu rechnen. Wenn man Kellenmallock mitnimmt, die 30 Punkte sind es 15, sind es 5 Spiele. Ja, mit Mathe wieder meine absolute Spezialität hier. Fünf Partien natürlich. Fünf mal drei, 15. Ja, und das ist natürlich das Ziel. Irgendwo diesen dritten Platz ein Minimum zu haben. Aber solange wir Spiele gewinnen, dann können die sich hinter uns strecken, wie die möchten. Und da müssen wir da gar nicht nachgucken. Ross County fällt wieder ein bisschen runter. Also im Prinzip sind es die einzigen beiden Mannschaften, die sich heute bewegen. Wir gehen auf die zweite Liga und sehen das Duell der Hips gegen die Glasgow Rangers. Und Hibernian verliert das 0 zu 1 zu Hause und verlieren damit auch den zweiten Platz. Den hat jetzt wieder die Mannschaft, der Favorit, die Glasgow Rangers inne. 35 Punkte, Wraith bleibt vorne 0 zu 0 gegen dann Firmland, den starken Aufsteiger, die auf Platz 5 stehen. Und ja, Gott, leider Gottes, Hamilton Academical. Ich habe im Kommentar gelesen, dass die in der Wirklichkeit momentan in der ersten Liga um einen Europapokalplatz mitspielen. Komplettes Kontrastprogramm zu hier, zu diesem Let's Play. Es sind mittlerweile schon 11 Punkte. 22 hat Volkirk. 11 Punkte Abstand auf das rettende Ufer. Man kann einfach nur für sie hoffen, dass Codenbeath nicht weiter abhaut. Und dass man irgendwie es schafft, diese 8 Punkte noch zu holen, weil sonst wäre das wirklich absolut kläglich, dass er hier zwei Abstecksplätze gibt. Junge, Junge, die stimmen heute relativ kurz. Derrick Adams für Ross County. Man muss jetzt nicht so viele Worte verlieren. Uns fehlte einfach heute im Angriff die nötige Cleverness. Überhaupt Chancen rauszuspielen, das war das große Problem. Am Anfang die Chance, wenn man die nutzt, wie immer im Fußball, dann kann das ganze Ding anders laufen. Und ich habe ein ganz komisches Statement gemacht. Jeder kann sagen, was ich will. Was ist das denn bitte? Naja, lassen wir das mal einfach mal so unkommentiert stehen. Sondern schauen lieber auf die Spieltagsstatistik und sehen, dass wir zwei Männer hier stellen. Überfluss von Celtic-Akteuren. Sechs Stück. Also die egalisieren das, was wir am letzten Spieltag hatten. Gegen Motherwell, da hatten wir auch sechs Stück in der Elf des Tages. Coleman zum neunten Mal ist auch Spieler des Tages geworden. Rob Patterson und Tyrone, nicht. Robinson habe ich da unten gesehen mit den Torschützen. Fünf Tore insgesamt. Patterson zum zweiten Mal in die Premiere für Tom Taibo für uns. Hier vertreten zu sein im Sturm. Teamleistung. 2,91. Celtic kratzt am Rekord, den wir hatten damals. 2,27. Da fehlt nicht mehr viel. 15 Chancen haben die rausgespielt. Vier Tore gemacht. Noch besser rausbeute heute St. Mirren. Aus elf Chancen fünf Tore. Das heißt, fast jeder zweite Ball ist da ins Netz gekullert des bemitleidenswerten Gegners. So, wir gehen weiter zu den besten Spielern. Da sehen wir, dass Stokes die Führung hier etwas ausbauen konnte. McLean hat kein Tor geschossen. Cross auch nicht. Da hat er jetzt ein bisschen Abstand. Und unser Oliver mittlerweile auf Platz sieben mit sieben Toren. Er hat noch keine vorgelegt. Glaube ich. Ne. Vorlage null. Aber gut, das ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Denn wir spielen ja nur mit einer Spitze. Das heißt, er hat jetzt nicht unbedingt einen Nebenmann, wo er mal auflegen könnte. Das geht dann eben nur im Umkehrschluss. Dass er dann Bälle zurücklegt auf die offensiven Mittelfeldspieler. Das würde funktionieren. Aber das klappt bei unserem System momentan irgendwie nicht so richtig. Also zumindest nicht offensichtlich. Die machen ja Tore. Die Offensiven. Das sehen wir hier. Aber nicht durch unmittelbare Mithilfe des Stürmers. Die Notenbesten. Wo sind wir denn da? Alexander. 17 Partien. Ganz vorne. Eggersley auf der 6. Und hier kommen sie dann alle zwei Spiele im Rückstand. Wilson, Patterson, McKay. Die Feldspieler der Abwehr. Brunkstück. Absolutes Brunkstück. Ich hoffe eben, dass es noch lange dauert. Oder längere Zeit, bis uns das auseinanderbricht. Aufgrund Angebote von größeren Vereinen. Wobei wir natürlich dann auf die Kasse gucken müssen. Das ist einfach so. Da kommst du nicht drum rum. Es sei denn, es kommt jetzt jemand an die Ecke und schenkt uns irgendwie Geld. Oder ich würde den Investor aktivieren. Aber zweiteres kann ich absolut ausschließen. Da gibt es noch nicht mal eine Millie Chance. Noch nicht mal das. Also das ist absolut 0,000000 Prozent. Und da kommt auch nicht irgendwo eine Eins dann irgendwann noch. Also das ist absolut außen vor. Würde ich auch gar nicht vereinbaren hier mit dem Spielstand. Das ist ja... Dann überhaupt keine Herausforderung mehr. Das ist ja gar nicht das Schöne, warum wir das hier machen. Im Mittelfeld beim Fairplay. Platz 5 würde ich mal sagen, das ist absolut okay. Jetzt ist auch keiner von uns hier offensichtlich. Wir kasieren, wenn dann, sehr, sehr moderat die Karten. Dass keiner so dumm ist und gelb-rot kassiert. Oder eben eine glatte rote. Aber das muss nicht immer so sein. Das kann mal ganz schnell umschlagen, wenn wir wieder mehr gefordert werden. Momentan läuft das alles wunderbar. Wir sind im Prinzip relativ schadlos durchgekommen. Aus den letzten Partien. Pokal, den kann man mal ausklammern. Pokal ist halt eben Pokal. Da entscheidet die Tagesform teilweise, die Motivation des Gegners. Vor allem, wenn du dann auswärts spielst. Also das hat jetzt nichts mit der wirklichen durchgängigen Leistung zu tun, die wir in der Saison geliefert haben. Das seht ihr ja. Wir haben erst einmal verloren, 18 Partien als Aufsteiger. Als Aufsteiger so rein zu starten, das ist einfach ein Märchen. Hier passiert nichts. Sodass wir uns der Woche widmen. Da haben wir es doch. Die kommen jetzt als nächstes hier in Steincastle Stadium nach Edinburgh. Wir werden nichts ausbauen. Können wir auch gar nicht mehr. Weil das Budget wurde uns ja unterm Arsch weggezogen. Durch diese Pokal-Niederlage. Diese sehr, sehr frühe und zu frühe. Also das wird uns jetzt erstmal so erhalten bleiben. Campbell Innes, den hatten wir ja genau. Aufgrund der Verletzung von Alexander war der ja mit gewesen. In der ersten Mannschaft. Vor allem bei Tyro muss ich jetzt mal schauen. dass es funktioniert mit dem Loben. Denn wir brauchen eben dieses Gegengewicht. Der Konkurrenz. Da im offensiven Mittelfeld. Denn zur Zeit ist eben Hold auch nicht so, wo ich sage, das reicht mir. Dann haben wir es ja auch wieder. Und das ist ja auch ein bisschen was.